vielen dank vor ab erst mal ein fettes dankeschön an ihr die mir ermöglicht haben zwei wochen vor release von season 11 die neue season zu testen dank für die einladung und damit herzlich willkommen auf meinem kanal zu einem weiteren apex legends season 11 video heute dreht sich alles um die neue map storm point ich denke ich spreche für jeden streamer youtuber content creator und so weiter der den early access genauso wie ich schon hatte wir hätten alle wahrscheinlich gerne mehr zeit gehabt gerade die neue map ausgiebig zu testen wir konnten tage vorher schon auf dem trainings kalender gelände uns austoben mit der neuen waffe mit es und allem drum und dran aber nur drei stunden hatten wir zeit die neue map zu testen teilweise und deswegen kann ich euch wirklich nur ein bruchteil der map zeigen auch wenn das video sehr sehr lang geht zeigt das nicht mal ansatzweise wie geil die map ist die map ist die wirkt erst mal wenn du auf der karte schaust auf der mini map und so weiter relativ klein ob sie jetzt deutlich größer ist als kings also größer als kings kennen wir dich definitiv behaupten größer als wird es wahrscheinlich auch als olympus weiß ich nicht es ist sehr weitläufig und sieht extrem geil aus ich schnippe euch jetzt aus allmöglichen flug richtungen die mir möglich waren allmöglichen spaß zusammen warum es eigentlich in anführungszeichen nur so wenig ist und das video wahrscheinlich nicht eine stunde sondern nur 20 vielleicht 25 minuten keine ahnung wir hatten alle drei stunden zeit problematik ist ich sage mal wenn ungefähr 500 leute nur den early access haben und hier und da die runden laufen stehst du wenn du drauf gehst ewig in der warteschlange teilweise hast du zehn minuten gewartet nachdem du drauf gegangen bist um in eine neue runde zu kommen auch das gameplay mit es ist extrem zu kurz gekommen weil natürlich die mates mit denen du spielst auch gerne spielen wollen und deswegen hoffe ich dass ich hier und da euch ein paar schöne spots zeige es ist kein besonderes gameplay weil die problematik ist auch teilweise startest du nur mit zehn squads mal mit 15 das ist schon das maß aller dinge da bist du schon froh du triffst ganz wenig auf gegner also wundert euch nicht warum hier und da das gameplay naja ich sag mal auf sich warten lässt ich wünsche euch jetzt gleich viel spaß mit dem gameplay hat wirklich aus ungefähr zehn runden ein bisschen was zusammengeschnippelt ich möchte euch aber vorher noch 45 besonderheiten dieser map mitteilen bevor es dann losgeht die sich von allen anderen drei maps extrem unterscheiden zum einen es gibt bis auf einen einzigen und das ist ein fetter xxl charme tower am rand der map ganz am ende des videos zeige ich euch stehen das sieht extrem geil aus ein riesen ballon eine riesen sepplein es gibt sonst keine jump tower es gibt andere fortbewegungsmittel ich blende euch das jetzt alles nicht einschaut einfach das video dort werden werdet ihr genug eindrücke denke ich kriegen es gibt gravity cannons nennen sich die dinge da kann man von a nach b fliegen der nachteil du kannst deine flugroute nicht korrigieren das hat eine bestimmte richtung also die richtung wird vorgegeben das ist wie so eine abschuss rampe und die gibt die richtung vor du kannst aber auch sofort wieder zurück aber erst nach der landung du kannst keinen doppelsprung aus dieser rampe raus machen oder so du musst erst landen du kannst nicht korrigieren und irgendwo anders hin wollen wenn du merkst fuck da sollte ich jetzt besser nicht hin sieht geil aus lasst euch überraschen es gibt spinnen nester es gibt pro lor nester sehr interessant seht ihr auch alles im video alle diese ich sage mal kreaturen lassen lud fallen das heißt es ist eine einfache möglichkeit wenn ihr eine halbwegs vernünftig ausgerüstete waffe habt wenn ihr zu wenig munition habt kann das schon heikel werden werdet ihr gleich sehen wahrscheinlich ansonsten sonst könntet ihr euch sehr sehr gut ausrüsten die lassen teilweise sogar lila oder gold star fallen passiert nicht oft aber man kann wirklich gut looten man kann kleiner tipp am rande man kann sein body schild da hoch pushen auch eine sehr interessante sache wenn du gerade keine gegner findest und hast nur eine weiße ein weißes körperschild kannst du die viecher alle platt machen und gerade die pro lor nester dauert eine weile bis so ein pro lor nest ich sag mal ausgeräuchert hast man kann die soweit plündern und irgendwann kommt dann entweder also kommt dann eine information achtung pro lor nest oder spinnen ist komplett fertig dann kriegst du 30 crafting metall noch dazu und dann weißt du jetzt kommen keine mehr man kann goli auf der map finden ich habe es leider nicht geschafft ich weiß nicht wie man es triggert oder ob die nur an einer bestimmten stelle sind auch wenn ich es krampfhaft versucht hatte weil ich so meine theorie hatte habe ich leider nicht hingekriegt wenn ihr irgendwann soweit seid und könnte es selber zocken schreibt man die kommentare ob ihr wisst wie es geht dann haben wir tridents das ist auch klar findet man nicht allzu oft ist auch nicht weiter spannend zu fuß macht eh am meisten spaß das war's soweit von allem was ich euch mündlich erzählen wollte jetzt zeige ich euch eine menge gameplay wie gesagt dass es nicht ist nonplusultra dient eigentlich eher dazu dass ihr euch die map mal ein bisschen anguckt und auf meinem zweitkanal gibt es noch ein gameplay das ist ein win geworden mit es nicht das nonplusultra wie gesagt man findet so selten gegner dass du froh bist dass du überhaupt mal ein bisschen damage und paar kills gemacht hast könnte auch demnächst vorbeischauen und natürlich mein drittkanal dort habe ich glaube ich schon über 56 78 19 videos oder so vorbereitet zu dem zeitpunkt wenn ihr das video seht werden die noch nicht alle veröffentlicht sein also hat ein bisserl geduld das war es jetzt von mir viel spaß bei dem gameplay und dass es keine ahnung wie der chat geht ok was leuchtet da so grün 17 squats alter sieht das krass aus junge 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 alter sieht schon alles ziemlich crazy aus was sind das ich wollte gerade sagen spinnen spinnen gedöns ich habe mich gerade schon gewundert ich habe es nicht gesehen die droppen loot das ist interessant jetzt muss ich auch mal gucken wie sieht das jetzt hier mit den deathboxen aus das ist ja witzig so kommt man auch an loot das ist der way how to get easy loot what the what nein hier gibt es keine jump tower krass das ist quasi ein fortbewegungsmittel ach du ahnst das nicht ist das geil what the fuck ah du kannst es nicht richtig unterbrechen okay das ist ja geil okay okay nice aber aktuell ist es hier sehr sehr ah ja 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 ich bin absolut planlos ich bin absolut planlos doch ich bin absolut planlos ich bin absolut planlos der ich bin absolut planlos ich bin absolut planlos Ich hab's das selber noch ja nicht gemacht Komm ich hab Bock auf. Warte so'n. Das machen wir auch schon mal. Es sieht schon alles ziemlich nice aus. Von der Nicesigkeit. Die D-deltas. Das war ich mit einem Namen. Peacekeeper hier. Backpack hier. Level 2. Wings up. Attention. The champion has been eliminated. Later champ. Was ist das? Was? Was ist das? Was ist hier schon ein bisschen crazy? Oh, das ist ja richtig geil. Okay. Was ist das denn? Das ist ja ein Schwachsinn. Das ist ja ein Schwachsinn. Ich empfehle dir zwei zu nehmen. Was ist denn das hier? Das ist ja nicht eine Sau. Alter. Die Map ist größer als gedacht. Also so gefühlt. Was ist das? Replicator dropping. Was ist das? 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 Das macht das? Das hat ein Schwachsinn. Das ist der Fall. Der Fall ist das. Um ein Schwachsinn zu wissen, dass sie uns nicht schnappen. Oh! Was hat er geschossen? Schöne Sprawlern ist Oh okay, ich habe sogar das Ding Okay. Beginning Ring Countdown We are inside the ring Good faith I'm out of light ammo Attention There is a new kill leader New kill leader Shield battery here Sprower here Light ammo here From left Box 3 New kill This might be a good place to land but what do I know? Okay An intelligent fighter would land there Where is this? Okay I think here is this No, not No, not No, not No, not Am aquí Looking for it Can I go back Não Um Was Need Get Tonight D Ich habe einen Problem, es ist auch ein Problem, es ist auch ein Problem. Ich brauche ein Extended Light Mac. Kommando Sender Wie macht sich dieses Goliath Vieh bemerkbar? Ich habe hier eine Schleifung. Untertitelung im Auftrag des ZDF, der sich auf den Karten befindet. Das war es. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Deswegen will ich jetzt aber mal wissen, was das hier bedeutet Ajei, co? Das gibt einer Da ist ein XXL-Jump Tower Alter, ist das ein XXL? I'm in trouble Enemy very close Enemy very close, meet me here Just stopping with my shield Opponent over here Schuss now No more stone Opening fire Heating my wounds The enemy is here I'm down Halt 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 Vielen Dank.